die richtung wo ich stehe gucke da gegner können von rechts kommen die erste runde liefen so gut das war wieder klar bei Ja. Ja, okay, schön, ne? Norden. Halt! Jetzt haben sie uns gehört. Ich weiß, welche da sind. Was der Teufel? Toll besetzt. Ja. Du kommst nicht hoch, wa? Nee. Jabba. Ja. Dann ist er Primary. Ups. Ups. aber der gegner ist hier oder und jetzt die achse ich ja gefängnis ist das wieder die axt zu nehmen ich weiß was ich das spiel da waren jahrhundert da ist der doofe und da ist noch ein doofer wir müssen nach besten schießen ist rechts und kk und natürlich wasser hier gegner was hast du denn gesehen aber wo der pink ist schwarzer mit schwarze frau mit türkisem oberteil jetzt nix die sitzt dahinter ist ja super gelaufen hast du so nein ich schieße ja gar nicht auf sie wer schießt denn auf dich gar keiner schießt auf mich ich versuche das fertig zu beseitigen ist ja super gelaufen sie ist anscheinend weg ne ich bin nicht ganz so sicher sie hat sich auf jeden fall woanders hingeschlichen das hätte sie ja schon gesehen hier liegen waffen hier liegt sie doch getroffen ok ich habe auch keine kill mitteilung gekriegt warum dann lege ich das gleiche falle drauf ich komme meine hatte brand munition vielleicht hat sich selber in der luft gesetzt selbst brand gesetzt hallo setzen also es wird den käfigen ich muss immer wieder sagen das war echt wertvoll das macht es echt viel einfacher moses flügel das ist im nordwesten da wo die schüsse sind da war irgendwo ein imu da war ein creme da war ein imu hab äh gibt munition drin hat jemand muni genommen auf jeden fall andersrum den scheiß krähen versuchen sie einen echt momentan zu piesacken kommen die schüsse doch von der mine denn auch denn und und Vielen Dank. Wenn auch im Wasser, kommen wir jetzt raus. Ein Schuss kommt von rechts und ein Schuss kommt von links. Das ist einer. Links ist einer gestorben. Das ist überhaupt in dem Gebäude. Ja, da sind mehrere Teams hier. Da war gerade einer. Okay. Ich habe ihn gesehen. Weißes Hemd. Ich habe ihn gesehen. Was ist, hat er ihn getroffen? Was ist, hat er ihn getroffen? Was ist, hat er ihn getroffen? von, oder? dach gut hier weiter ab die türe gerade die brauchst du nicht zu halten da kommt keiner raus dass er den getötet hat da oben muss noch einer sein das ist kein solospieler der auf dem dach liegt das ist ein teil von dem duo ja bist du rotiert jetzt an der seite hier ist das gebäude mal im norden zu entdecken immer noch aktiv dahin schießt also ja 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 Setz dich nicht. Wo gerade ein Ausgang? Wo gerade ein Ausgang ist. ok einer ist tot der ist gerade reingerannt ein zweiter ist gestorben jetzt habt die Frage ist das der von dem die drinsitzen hat der zweite gewesen oder der dessen Leiche auf dem Dach noch liegt der Partner die Leiche habe ich im Blickfeld ok nur ich kann nicht weiter rotieren ich muss jetzt hinters hinters Gebäude rotieren weil ich ja hier das Pferd habe hab einen gekillt jetzt müssen sie eigentlich alle tot sein theoretisch geh mal näher ran und mach mal ja es ist weiß Dirk ist weiß was ist das was ist das was ist das da draußen die zwei der ist ausgebrannt einer liegt hier drinnen in drei hier hinten liegt der letzte in vier weg ist frei warum ist jetzt auch nicht versucht den boss zu machen das tür zu ihm macht oben die türe zu machen falls einer nachkommt er die Tür öffnet sich ich hab sie zugemacht gerade oh hast du die Tür bewegt ich hab sie gerade zugemacht weil die stand offen ja bei mir ah ich flieg gleich komm ich dazu mich zu heilen hinter dir ich schlieb ah verdammte ich glaube dass ich das schaffe hinter dir kommt der jetzt hinter dir kommt der jetzt da ist hier sind mir die busy no hinter dir Boah, das ist ein scheiß Viech, ey. Ist er auf. Gehen leer, ich hab'n Pferd gehört, oh Salan, oh Salan, oh Salan, oh Salan, oh Salan, oh Salan, ich hab's versteckt, ne. Ja, der SCENED. Hier ist die Falle, da ist die Falle. Ich habe an der Leite auch eine Falle. Ja. So jetzt, wo gibt es noch? Ich habe noch... Hier ist ein Rolltor. Ich bin. Da. Dahinter das Rolltor haste. Ja, das habe ich. Hier ist noch Geld. Wie viele Eingänge gibt es denn noch? Ich suche gerade. Das hast du gemacht. Okay. Das war es, glaube ich. Das ist nur noch das Rolltor. Gut, dann setze ich da noch eine. Und eine Rolltor. Ausgang ist im Norden und im Süden. Ja, überlegen wo ich mich setze hier. Fährt. An einzelne Viren, das war nichts. 4 haben wir. Wir sind 2. 3. Das heißt... 6. 6. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. im weißen hemd dann gut da war nämlich einen weißen hemd darum gelaufen war noch so Nee, nix zu sehen, wir können raus. Du wolltest es so, scheiß Pferd. 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 Ja. Ich habe Glück gehabt, dass sie sich nicht aufgestellt haben. Dass sie es nicht konnten, ja. Das andere waren du, da hatten die den anderen ja gekillt. Schöne Runde. Danke euch fürs Zusehen. Tschüss.